So, herzlich willkommen zurück zu meinem Speed of Doom, let's play auf und geht's in Level 10, Vile Pain, ja. Und das scheint sowas ähnliches zu sein wie die Plutonia-Varianten. Wenn man das da schon so sieht, ne? Nicht ausschließlich. Nicht doch. Alles voller Pain-Elementals, ich glaub's nicht. Nein. Warum ausgerechnet die? Hm, womit hab ich die denn jetzt verdient? Oh, die Musik ist cool. Oh, kippt das Beseck-Pack her. Ah, gleich das erste Secret geholt. So, 217. Gut, aber beruhigerweise nicht alles die Viecher. Wobei man das nicht gerade als besser betiteln kann. Ok. Ich nehm mal an, dass ich sie noch nicht abschießen kann, oder? Gut, die lassen sich gar nicht bedienen. Oh. Die sind abgehauen. Aber wer weiß, wo die jetzt wieder hingehen werden? Beziehungsweise, wo die wieder sind. Das hättest du wohl gerne. Oh, der... Der Scheiß... Genau, der, der, der muss vorher weg. So. Jetzt können wir spielen. So. Zack. Ja. Die ganzen Pain-Elementals sind weg. Die ganzen Archivies sind weg. Fragt sich nur, wo die jetzt hingegangen sind. So. Ah, 10. Zack. Was haben wir hier? Und was haben wir hier? Nehmen zwei Möglichkeiten. Ich nehme den hinter einen Gang, würde ich sagen. Bis... Wieso ist das ein Secret? Das habe ich gedrückt, dass, dass, äh... Ja, da muss ich irgendwas gedrückt haben, dass das aufgegangen ist. Weil, wenn das ein Secret ist, ne? Offensichtlich wird das ja wohl nicht, äh, sein, ne? Im normalen Zustand, so. Ah. Nanananana. Nein. Fuck. Sterben. So. Erster Archivall tot. Okay, so. Was haben wir hier? Ach, und da ist das erste Pain-Vieh. Ich hab gut von wegbekommen. So. Weg mit dir. Nee, da ist nix. Okay. Gut. Speichern wir mal ne Runde. Okay. Imps. Das ist ja nicht schlimm. Der Pinky. So. Haben wir euch auch. Sauber. So. Wo gehen wir jetzt zuerst hin? Da hin oder da hin? Ich weiß es nicht. Ach, du Scheiße. Ah. Geh doch weg, du Scheiße. Zombie. Das war ja richtig fail. Sterben. Oh. Ganz mies gelaufen hier. Hm. So. Down mit euch. So. Das wär es du. Ey. Sterben. Dankeschön. Fuck. Nein. Ach, du Scheiße. Hm. Das zum Thema dazu. Ah, verdammt. Das wird nix. Nee. Das ist nicht gut gelaufen. Okay. Gut. Wir gehen erstmal hier längs, würde ich sagen. Ach komm, jetzt sterb halt mal. So. 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 Tadam. So. Gut, die haben wir jetzt auch Dann kommt hier jetzt eine Archivine Mist, 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 Mist Gut, du kommst erst mal her Stirb, so Die nächsten kriege ich jetzt nicht Angelockt Eher nicht so Komm her Ich will nämlich loswerden Bevor der Archivine kommt So, perfekt Und jetzt den Archivine Ah, die Spinne ist auch weg Sehr geil Gut, kann man speichern dann Okay, so Jetzt haben wir hier irgendwie noch was Geheimes Das Geräusch ist schon leicht bitter Okay Ne, sieht das hier gut aus, würde ich sagen Was haben wir hier noch? Next Da kam nur das Gedönsel raus Okay Zack, speichern Okay Dann müssen wir jetzt hier hin Da kommt auch Dann Ah, ich geh mal So Gut Oh Gott Wie das alles daneben geht erst mal, ne Ah, ich seh nix Jetzt Oh Gott Die ganze Stadtkommunition wird hier erst mal total verschwendet Wegen einmal schießen Oh Oh, oh Verdammte Scheiße Uah Oh, oh Gut, jetzt muss erst mal das Vieh kommen Nachverfluchte Spinner Ja Ey Hau ab Du Arschgesicht So Weg mit dir Dann tu noch So Tu noch Ja, der muss herkommen Ach, dann halt nicht Dann wirst du halt eben weggeschlagen So So Und jetzt noch dieses komische Vieh da Ach, da ist ein Ach, das ist doch Zum Beispiel Ich hänge an dieser Beine fest Und lass das Lass Sophie noch mitnehmen Also den Schaden von das Vieh Oh, nicht Mann Ja, nimm das Arschgesicht Lauf man doch einfach mit Nee, der Scheiß-Schen-Ganner kommt hier schon wieder Sterb bitte Ah, ist doch so klar Dass ich das nicht ausweichen konnte Rechtzeitig So Nee, wir speichern es trotzdem So Und du noch So Wo ist der Scheiß-Schen-Ganner jetzt hin? Arschgesicht Wolltest du mich ärgern, ne? Bitteschön Eine Faust vom Herzen So Okay Hier sitzt dann erstmal wieder Clean House Okay Gut Dann kann man einmal da hin Und einmal hier zum Ende Würde ich erstmal sagen Können wir hier weiter erstmal Ein bisschen Raum hier abschließen So Okay Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ja, dann geht's da weiter Ja, dann geht's da weiter Können wir lieber eine andere Waffe nennen Da hat da flog irgendwas, glaub ich Oder? Hab ich da nicht irgendwas gesehen? Hm Vielleicht auch nicht Können wir nicht vielleicht irgendwie rauf? Sogar? Können wir sogar Können wir sogar Nein, das ist doch zum Mist Das ist ja tot, aber Bin ich auch ganz gut mitgerissen, ne? Bin da vielleicht mit dem Arch Mal raufkommen können Ist auch die Frage Hm Nicht so gut Nicht so gut Nicht so gut Ah, man kommt hier auch Auf normalen Weg runter Äh, nein Falsche Waffe Ein falsches Wäffchen Gut, also man kommt da auch Auf normalen Wege hin Ist blöd, dass ich kaum Zellmunition habe Finde ich ein bisschen unpraktisch Mann Sterb halt Na also Ich muss ein bisschen mit Shotgun Munition arbeiten, weil So viele Raketen habe ich auch nicht Der braucht definitiv Raketen Wenn sie nicht alle daneben gehen würden Ja, das ist natürlich schon ein Dilemma Wenn sie alle daneben gehen Ich komme jetzt hier ein bisschen Schießt das Na oben, Mensch Ah gut, das ist akzeptabel Okay So, wie kommt man da hoch? Das ist die Frage Nicht, dass man da wirklich um diesen Archwalz da hochspringen muss Sind ja beliebte Schweinereien Sowas, ne? Zwar hier noch nicht vorgekommen Aber Plutonia Von TNT Ups Der wäre jetzt nicht so Ah, Treffen wäre mal schön Aber jetzt ist er down Das habe ich jetzt gespeichert, nö, ne? Jetzt aber So Er stirbt bitte Dankeschön Okay Wieder einer weniger Was haben wir jetzt Böses getan? Spinnen hervorgold Oh, noch ein Archwalz Ernst, das bringt nix Wenn ich jetzt die Spinne töte Das muss definitiv der zuerst weg Nein, fuck you Ja Ach Gott, nicht den Archwalz treffen Das war in dem Moment jetzt gar nicht gut Ach, leckt mich doch am Arsch, hä Aber ich habe das Gefühl, dass der Doch, der kommt Der kommt doch direkt Ich dachte, der kommt vielleicht erst irgendwie Das ist jetzt ganz schön scheiße Irgendwie schneller weg hier Weil ich den auch nie treffe, ne? Ich meine Das ist so ein bisschen scheiße gerade hier Oh, sterb Na also Jetzt klappt's So Und jetzt Ihr Nein, nicht treffen lassen Nein, nein, nein Lass es sein, lass es sein Und sterb Genauso gefällt mir das schon viel besser So Gut Ist auch nix Mäßig Oder so Der ist schlecht Was, ja wie komme ich da hin? Ist ja einfach in der Best Oh, er zeigt mir schon an, dass das da ein Secret ist, ne? Dann habe ich, ja Das ist irgendwie ein Secret Ah, es ist Das ist ein bisschen bedenken, dass ich da nur hinkomme, wenn ich da mit dem Archivaljump rauf springen lasse mich Naja Schau mal Schau mal, wie sich das so ergibt hier So Verdammt In der Hölle nochmal Ach Du scheiß Soh Nein, nein, nein Lass das mal leiben Wirst du wohl sterben Dankeschön Na also Geht doch So Jetzt hier noch Oh, da hinten ist auch noch einer Na komm Ah, du stirb Du sollst sterben Abkratzen jetzt Oh Gut Hier ist ein Schalterli Der könnte ein Secret sein Oh, sieht mir ganz nach einem Secret aus War jetzt aber nicht sonderlich hart Oh, fuck you Vor allem dazu Noch mit diesen Elenden Elementals kombiniert Das erklärt auch, warum das Level Weil Pain heißt Weil Es kombiniert mit Archweiß und Pain Elementals ist Ja So eine ganz gemeine, fiese Dreckskombo Jetzt euch noch down Nein Ach, nun bewege dich doch mal dahin Das blöde Balken hat meinen Vorwärtsbewegen gestoppt Was darin resultierte, dass ich in den Balken geschossen habe Weil ich von den Balken nicht wegkam Ja, das ist Nicht so prall sowas, ne Okay Ne, das ist was anderes Okay Gut Was haben wir jetzt wieder getan Jetzt sind wir wieder hier Okay Okay Dann können wir diese ganzen Pflaster hier mitnehmen schon mal Mal speichern Äh, das mit dem Rauch nach oben ist ja auch cool Ähm Achso, jetzt sind wir hier wieder Gut, hier ist noch Shotgun-Munition Ach, ich würde mich für das Gerät da hinten ja äußerst interessieren, ne Aber ich habe echt das Gefühl, dass man sich da hochspringen lassen muss Das ist immer so die Sauerei, wenn man sowas machen muss Aber ich habe ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie sowas sein könnte Hä Oh, was ist das hier? Ah Cool Was auch immer ich getan habe Was willst du denn jetzt? Gönnst du mir meine Sphäre nicht, oder was? Die Souls natürlich nicht Hm Na komm, macht euch gegenseitig platt Äh, ihr dürft das gerne machen Schön gegenseitig platt machen Na, wie wär's? Das wird doch voll das gute Argument, oder nicht? Sehen sie diesmal anders Na komm, flieg her hier Bewegt deinen Arsch und lass dich, äh, abschlachten Boah Der will nicht sterben Geh jetzt sterben So Okidoki Dann haben wir ja vier von fünf schon Sehr geil Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier tatsächlich mit diesem Ding hier das Ding ausgelöst habe Das kann wirklich sehr gut sein Ja gut, dann ist es kein Archival-Jump-Trick Das finde ich ja schon mal gut Denn diesen Trick mag ich auch nicht Besonderlich Weil ich den immer nicht Sofort wissen kann Und was ist denn da schon wieder los? Mensch So Ja Nun gut, das sind nur Imps, ne? Kann man auch Ein paar Raketenplatten Allerdings ist da auch schon wieder So ein Grießgram Ja, schön, dass das da am Weg war Das finde ich sehr praktikabel So Jetzt ihr noch da hinten Perfekt So 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 Gut Ja, Raketen Die kann ich auch gut gebrauchen So Okay Dann würde es wohl da werden Aber jetzt muss ich nochmal alles auf Secret Ausschau halten Und Schotker Munition vor allem Da gab es doch Aha Aha Und Schotker Munition Die gab es doch jede Menge War doch hier zahlreich vertreten Ah, wahrscheinlich Ah, da ist noch was Habt ihr alle wieder wegen einem Schuss aufgesammelt So, beim Kämpfen passiert das ja so leicht Trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich jetzt komplett Ah, hier ist noch ganz viel sogar Ah, ja, perfekt So muss das So muss das So Da müssen wir da mal rein, würde ich sagen Da gibt es zwei Eingänge, oder? Ja, klar Was, da kommt ja schon wieder was hier Was hab ich getan? Du noch Und jetzt den noch So Perfekt Dann macht ihr euch da mal wieder gegenseitig platt Wagen wir mal ein bisschen ab Wenn der letzte über ist, ne Dann freuen wir uns wieder War's das? Ne, das war's noch nicht Ich hör da noch was grummeln Das sieht da schon freundlicher aus Hier kann man nochmal zwei mehr Schottkommunition mitnehmen So Okay Niesel Das ist gut Das ist sehr schön Kann aber auch darauf hinweisen, dass hier gleich ein Albtraum kommt, ne Okay, was kommt hier? Okay, was soll ich da? Aber ich Höre wahrscheinlich wieder Irgendwelche Gespenster So Hm Das kann nicht gut gehen Dem Frieden trau ich nicht Wenn ich das mitnehme Dann wird dir das größte Unglück ever passieren Ich nehm schon mal das Gerät in die Hand Och, es geht da eigentlich nur ein paar Spinnen Muss nur gucken, ob da irgendwie eine Archwelle bei ist Ja, wenn es nur diese paar Spinnen da sind Geht das ja noch Oh, da sind nicht mehr Spinnen da an der Seite Kann Spinnen gehen eigentlich? Wenn man nicht zu sehr ein bedrängendes Gerät Dann gehen sie eigentlich Au Das war jetzt nicht Nein, nein Ich speicher aber mal Das war ja ganz gut verlaufen eigentlich So, nächste Down Dafür Also für die Spinnen brauche ich jetzt nicht unbedingt ne Plasma Das ist jetzt eigentlich relativ unnötig Weg mit dir So, du Hier noch eine Sauber Okay Sieht ja schon wieder freundlich aus Und nochmal jede Menge Shotkomotionen Können wir alles mitnehmen, weil es passend aufgeht Sehr schön Gut, dann müssen wir den Part aber auch schon wieder beenden, glaube ich So Vielleicht nochmal kurz abgrasen Gut Sieht ja soweit freundlich aus Jetzt müssen wir da auch irgendwann nochmal durch, ne? Ja Hier war ja das Genau, da war ja das Secret Okay Wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal zu anderen blauen Türen nämlich an Dann haben wir ja zuerst die richtige genommen Das ist ja super cool Okay Ja, dann haben wir das Dann würde ich sagen Machen wir jetzt gleich diese Tür Aber erstmal beende ich meinen Part Ja Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye, bye